heute wieder wie ihr sehen könnt eine runde minecraft auf dem twerion server so ich habe ja gesagt wir wollen ein bisschen die welt erkunden und tun wir auch wenn teleportieren sie mich jetzt hier will ich aber nicht sein aber sagt nämlich gern samt samt sand nehme ich tatsächlich gerne so ein bisschen sand können wir auf jeden fall fahren würde ich sorgen zack zack ey wie weit geht denn das hier runter hoppel häschen in bau mal ihr hoppel häschen aktien können wir mit dabei brauchen wir eigentlich noch nicht packen wir mal wieder weg und ich bin hier in irgendein sand bio machen wir hier wieder doch weiß ich habe kein essen mitgenommen ich bin aufrufen kritisch egal es ist auch nix und ist eine mine in mine in mine wow kohle hier ist nur kohle hat für ein short nicht in irgendeiner höhle weg so warte wo musste ich jetzt hin hier hinten war das hier auch keine ahnung ich war laufen ne von hier kam ich oder äh ja von hier kam ich ok gut wir gehen einfach weg hier oh oh hey hey haben die jetzt wieder reingemacht dass man das jetzt so abwankern kann ich glaube ja das ist ja nice kann man viel schneller hier die Bäume abwingsen ok äh packen wir das Holz mal dahin die Scherau ich hole ebenfalls ok so hä mein Holz ist weg so weil hier Holz liegt ja ok das brauchen wir aber jetzt erstmal nicht laufen wir mal los man kann so aber das suche ich nicht jetzt ist ja die 1.20 ne dann müssten hier doch auch andere Biome sein wo bin ich denn gerade ich habe ausgesehen gerade ein Screenshot gemacht ups weige bin ja am Orsch der Welt Leute ich gehe nochmal kurz zu meinem Plot dann hole ich mir da auch Essen äh äh aus dem Lagern natürlich Essen 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 Melonen hier zack warte mal Karotten hier Fleisch ne ich will es nicht bearbeiten nehme ich auch nochmal Steak mit und hier alle nehme ich lieber Fleisch mit weil da kann ich schneller da Dingsen Sand Sand habe ich hier irgendwo Sand 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 hier so Laub 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 müsste auch hier irgendwo sein wo ist denn hier Laub da Laub ja erst vorher dann kann ich das auch in die Tonne kloppen hier packen bleiben hier Sitzlinge 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 packen wir die einfach hier rein der Holz Pfeile Stöcker noch ein Eisenerz warum habe ich ein Eisenerz hier drin egal packen wir die einfach mal zum Ei äh zum zum Eisen hier rein da und die Kaule wo ist die Kaule 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 äh egal dann packen wir die und das Fleisch auch mal da rein so stimmt Eichenbretter Dichtenbretter nee Eichenbretter Eichenstamm genau ist das hier oben schon voll ja dann kommt das hier rein Mhm das packe ich in den links rein so ok dann gehen wir noch mal so dann gehen wir zu meiner mülltonde nein ich wollte das nicht einsammeln perfekt jetzt die maschine schon wieder kaputt gemacht oder was die maschine hier schon wieder kaputt jetzt müsste es gehen keine ahnung was mit diesem mit diesem bild da passiert ist das kann jetzt noch 100 jahre dauern so gehen wir mal ein bisschen zu unseren tieren kommen sie her kommen sie her dann kriege ich keine erfahrung da ist es schwein das war mal ein schwein spawnen sie spawnen sie ich glaube tatsächlich ich muss das mit meinem bogen machen naja leute wenn euch diese folge gefallen hat lasst gerne liken abo und kommentar schaut außerdem auf mein disco server vorbei der ist unten in der webo schon verlinkt jetzt habt ein traumhafter tag haut rein leute euer slow ciao ciao Outro